Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 30.200 US-Dollar. Wir befinden uns weiterhin in einem kleinen Downtrend, beziehungsweise immer noch in unserer kleinen Seitwärts-Range. Das hat sich über Nacht wenig getan. Die 30.000 US-Dollar haben wieder einmal gehalten. Wir haben wieder eine Reaktion von da unten bekommen, aber das Volumen lässt langsam aber sicher immer mehr nach. Außerdem gibt es ein paar On-Chain-Daten, auf die ich auch nochmal ganz kurz eingehen würde und auf das Open Interest für unseren potenziellen Short, der natürlich jetzt noch nicht getriggert ist, aber den ich weiterhin in Planung habe. All das werden wir uns auf jeden Fall heute im Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale etc. pp. kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und natürlich alles for free und natürlich auch in der Telegram-Talk-Gruppe, wenn ihr da Bock habt oder auch irgendwelche Fragen habt etc. kommt da gerne rein. Gut, damit würde ich sagen, eigentlich genug Werbung. Ach ne, auf dem Zweitkanal, heute gibt es keine Ethereum-Analyse, heute gibt es eine Near-Analyse nach der Bitcoin-Analyse, weil ich es gestern im Livestream vergessen habe und auf dem Zweitkanal kommt dann heute ab 9 Uhr die Highlights des Livestreams und natürlich auch eine Ethereum-Chart-Analyse, deswegen habe ich das heute ein bisschen umgekrempelt, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Also ab 9 Uhr auf dem Zweitkanal, der Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Gut, jetzt aber rein in die Analyse. Wir befinden uns auf dem 4-Stunden-Time-Frame bei 30.200 US-Dollar. Wie gesagt, unsere Zone hier unten bei den 30k hat wieder gehalten, beziehungsweise 29.800 wieder minimal tieferes Tief. Auf dem 4-Stunden-Time-Frame RSI weiter am erholen. Kein wirklicher Volumen-Impuls, den wir hier unten rausbekommen haben und bisher auch kein signifikant höheres Hoch. Also um hier generell mal vielleicht so einen kleinen Switch zu bekommen auf dem 4-Stunden-Time-Frame, benötigen wir ein höheres Hoch. Das wäre zumindest der erste Step bei 30.400 US-Dollar. Nachhaltig haben wir ja gestern schon mal drüber gesprochen, müssten die 30.750 US-Dollar fallen. Auch hier ziehen wir uns jetzt mal gerade eine blaue Linie. Das ist eigentlich so der hauptsignifikante Widerstand, über den wir drüber müssen. Dort wurden wir am Golden Pocket teilweise schon rejected und natürlich dann das Ziel, die 31.100 US-Dollar. Also bisher hat es sich immer wieder gelohnt, hier unten an diesem Support-Bereich long zu gehen. Wir schauen uns das Ganze nochmal auf dem Daily-Time-Frame an, weil da hatten wir gestern auch im Livestream mal kurz drüber gesprochen. Die Demand-Zone hält. Man sieht hier wieder schön diesen Wig nach unten auf dem Daily-Time-Frame. Der RSI natürlich noch deutlich, deutlich übergekauft derzeit. Aber solange diese Demand-Zone hält, beziehungsweise dieser Order-Block, den wir hier unten drin haben, solange dieser hält, müssen wir uns keine Gedanken machen, dass wir hier nach unten hin crashen. Aber meiner Meinung nach baut sich das halt immer weiter auf. Und früher oder später wird es dann passieren. Gehen wir wieder zurück auf den 4-Stunden-Time-Frame. Dieses Head-and-Shoulder-Chart-Pattern, was immer noch so ein bisschen rumgeistert, finde ich absolut gammelig. Oder wird immer, umso länger sich diese ganze Seitwärtsphase jetzt meiner Meinung nach zieht, wird es immer invalider. Deswegen warten wir jetzt hier wirklich auf einen Breakout oder Breakdown nach oben oder nach unten dann halt eben. Das wird sich zeigen. Vorher Seitenlinie. Ich würde gegebenenfalls, wie gesagt, nochmal hier eine kleine Long-Position eröffnen. Wir schauen uns das mal auf einen 1-Stunden-Time-Frame an. Hier haben wir das tiefere Tief auch weiterhin mit eben dieser Bullish Divergence. Das ist so das einzige Bullische, was ich derzeit so ein bisschen sehe. Okay, wir sehen es hier unten im RSI, wenn wir jetzt einfach mal so die Linie verziehen oder ziehen halt einfach Bullish Divergence auf einen 1-Stunden-Time-Frame, was uns immer wieder hier, sag ich mal, hält, dass wir nicht weiter nach unten crashen. Die Frage ist, wie hoch wird es gehen? Meiner Meinung nach sind weiterhin die 31k oder 31.100 US-Dollar. Das ist so ein bisschen die Zielmarke bis maximal 31.8. Das ist so dieser Bereich, wo ich sagen würde, okay, hier oben könnten wir in Short reingehen, um dann den Breakdown eben nach unten hin Richtung 29k mitzunehmen. Was muss dafür geschehen? Auch mal ganz kurz oder sehr, sehr interessant, das Open Interest auch mal ein bisschen zu betrachten, weil das habe ich das letzte Mal nicht im Blick gehabt. Ich habe es hier auch gestern im Livestream schon mal gezeigt. Wenn das Open Interest deutlich nach unten geht und wir weiter steigende Kurse sehen, haben wir auch hier eine Divergenz. Und es wäre eigentlich so ein klassischer Short-Entry dann für uns gewesen, habe ich damals nicht im Blick gehabt. Habe ich jetzt aber, wie ihr seht, jetzt immer wieder mal offen oben in den Tabs und sobald wir hier wirklich ein höheres Hoch reinkriegen, das Open Interest nicht wirklich steigen sollte oder das letzte Hoch da nicht übersteigt, dann ist das auch ein zusätzlicher Kontraindikator für, oder ein positiver Indikator dafür, dass wir hier einen Short eingehen könnten. Gleichzeitig habe ich euch ja gesagt, okay, wir gucken noch mal ganz kurz auf die Onchain-Daten und zwar verkaufen Bitcoin-Adressen mit über 10k Bitcoin derzeit sehr, sehr viele Bitcoin. Und das jetzt schon seit, ich sage jetzt mal ein paar Tagen, so wie das aussieht, nach dieser ewig langen Seitwärtsphase und nach der riesigen Akkumulation zwischen, ich sage jetzt mal Juli bis Anfang April 2023 stattgefunden hat, wird jetzt zum ersten Mal seit langem wieder etwas verkauft. Muss jetzt nicht unbedingt bearish sein, aber man sollte hier ein bisschen vorsichtig sein, zwecks dem verkauften BTC, das hier früher oder später vielleicht eben eine Korrektur folgen könnte. Das ist dann so ein weiterer Indikator dafür, was jetzt dann erstmal dafür sprechen würde, okay, dass wir Richtung 29 oder 28,8 mindestens runterfallen. Ihr wisst, das Golden Pocket bei 27k ist eigentlich so mein Hauptziel. Zwischenziel liegt hier zwischen 29 und 28,8 oder 29,1 bis 28,8, um gegebenenfalls hier eine neue Long-Position dann zu eröffnen. Derzeit, wie gesagt, jetzt erstmal noch ein bisschen Seitenlinie. Ich beobachte das hier jetzt gerade ganz genau, ob hier vielleicht nochmal ein Volumenimpuls zustande kommt, um den Long mitzunehmen. Ansonsten ist die Short Area hier oben zwischen 31,1 und 31,8. Vom Risk here haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Derzeit ein bisschen viel mit 2,4 Prozent würde dieses gerne noch ein bisschen reduzieren. Das heißt wahrscheinlich der erste Entry hier irgendwo bei den 31,1 und den zweiten dann irgendwo hier oben bei den 31,5, 31,6, einfach um das Risky nochmal zumindest fast zu halbieren, um dann auch weniger Risiko dann im Endeffekt mitzunehmen. Ja, das war es jetzt erstmal so ein bisschen zu Bitcoin. Wie gesagt, ein bisschen On-Chain, ein bisschen Open Interest mal angeguckt. Ansonsten, wie gesagt, die Seitwärtsphase übergeordnet ist eigentlich das, was zählt. Nach oben hin haben wir Luft, nach unten hin haben wir Luft. Welcher Move zuerst kommt, wird sich dann auch über unseren nächsten Trade Klarheit schaffen. Momentan, wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht, weil ich das auch schon in den Kommentaren gelesen habe, dazu habe ich mich gestern schon geäußert, ja, es kann nach oben oder nach unten gehen. Natürlich kann es nach oben oder nach unten gehen, aber momentan in so einer Seitwärtsphase ohne viel Bewegung brauche ich euch keine Setups irgendwie geben, weil die Chance einfach 50-50 ist, dass wir liquidiert werden. Wenn wir da hochkommen, ist die Chance deutlich höher, dass wir dann eben in den Short-Bereich kommen oder hier unten dann in den Long-Bereich. Also nur mal so nebenbei wollte ich nur mal ein bisschen klarstellen. Auf jeden Fall habe ich euch ja versprochen, dass wir uns Nier nochmal ganz kurz angucken, weil das gestern im Livestream irgendwie untergegangen ist oder ich da nicht in die Gruppe geguckt habe. Wir hatten jetzt eine schöne Erholung bei Nier bekommen, ich mache das mal ganz kurz weg. Ich habe auch schon das Fit-Level gezogen und nach dieser Erholung ging es jetzt perfekt hier wieder ins Golden Pocket rein. Wir haben kein tieferes Tief mehr gebildet, natürlich aus diesem Impuls heraus wurde jetzt ein tieferes Tief gebildet, aber ich sage jetzt mal hier dieses Signifikante am Golden Pocket, das hat gehalten, diese Demandzone mit dem Orderblock erst nochmal perfekt reagiert. Kann gut möglich sein, dass wir hier nochmal runterkommen, weil im 1-Stunden-Chart doch noch ein bisschen Volumen hier unten drinnen ist, um dann gegebenenfalls hier einen doppelten Boden zu bilden und dann eine Recovery zu starten. Wie hoch die gehen wird, wird sich zeigen. Der erste signifikante Widerstandsbereich liegt dann hier oben, einerseits bei dieser Supply, andererseits beim Golden Pocket des letzten Abverkaufs bei ungefähr 1,38, 38, 37 rum, wo wir dann erstmal in den Widerstand reinkommen sollten. Bilden wir dann hierauf wiederum ein höheres Tief, dann können wir den nächsten Bereich beim 1,272er Fit-Level in Richtung 1,44 Euro grob anlaufen und dann müssen wir generell weiterschauen. Aber doppelter Boden wäre hier meines Erachtens nach nichts verkehrt, um das Tief nochmal abzugreifen, um das Golden Pocket vielleicht bis zum 0,65er zu bilden und natürlich auch, um eine Bullish Divergence hier auch nochmal auszulösen. Also das gerne mal im Blick behalten bei mir. Bisschen kurz und knapp, aber mehr gibt es auch derzeit wirklich nicht zu sagen. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns eventuell später nochmal. Ansonsten kommen heute drei Videos auf den Zweitkanal, also da seid ihr auf jeden Fall gut versorgt. Livestream heute Abend muss leider ausfallen, weil ich einen wichtigen Termin habe. Also leider heute nicht, vielleicht ein bisschen später, so um 20, 21 Uhr. Kann ich aber euch, wie gesagt, auch nicht versprechen. Ich will hier keine Versprechungen machen, wenn ich es nicht einhalten kann. Wird dann vielleicht spontan. Auf jeden Fall war es das von mir. Wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, hören wir uns spätestens morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick. Ciao. Vielen Dank.